Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich im Gebet mit Ihnen verbunden zu sein. Ich war in der letzten Woche in Exerzitien, 70 Priester haben daran teilgenommen. Ich hatte den Eindruck, dass Sie diese gegenseitige Stärkung sehr dringend brauchen, ich auch, wie jeder auch, und dass es gut ist, wenn man sich austauscht und miteinander und füreinander betet. Die Sekretariatsstelle bei mir ist immer noch frei zu besetzniswerten Bewerbungen angenommen, auf unserer Homepage oder beim Hörerservice, wenn Sie dort anrufen, erhalten Sie die nötigen Informationen. Ganz unabhängig von dem, was jetzt in Medjugorje eingebracht worden ist, spüre ich persönlich bei mir, dass der Frieden sehr bedroht ist und immer, wenn ich Messintentionen frei habe, das geschieht schon manchmal, nehme ich die Intention für den Frieden. Vielleicht gibt es jetzt etliche Mitbrüder, gerade jene, die in der Pension sind und die dankbar sind für diesen Tipp, Messintentionen im Gottesdienst für den Frieden in der Welt zu beten. Wenn bestimmte Ereignisse dann einmal losgetreten sind, kriegerischer Art, sind sie fast nicht mehr einzufangen. Deshalb ist es sinnvoll, vorher zu beten und heute Freitag auch zu fasten. Ich erachte das als sehr wichtig, Hildegard von Bingen hat, eine Auflistung, dass bei 29 von 35 Lastern der entscheidende Schlag gegen das Böse sozusagen darin besteht, gegen die Sucht zu fasten. Das nimmt uns schon unheimlich zurück, wobei es ja am letzten nicht das klassische Fasten ist, dass man wenig oder gar nichts isst, sondern Wasser und Brot. Sie können genügend essen, hauen Sie Brot und Semmel und Brezen rein, wie immer Sie wollen. Ich brauche nicht gerade mit knurrendem Magen durch die Gegend laufen, aber üben Sie diesen Verzicht. Sie werden eine neue Freiheit bekommen. Es ist wirklich so. Und wenn ich schon gerade am Bitten bin, das Sommerloch beginnt langsam an unseren Spendenkasse zu nagen, denken Sie an uns. Wir sind dankbar für jeden Beitrag für Geldsgott. Wir besprechen das Buch von Michael White an dieser Stelle, das sehr wertvoll ist. Es geht um Leitung, ein dienender Leiter sein. Also nicht einer, der jetzt meint, ich bin jetzt der Chef, ich schaffe mal den anderen an, die sollen springen, sondern er muss, wenn er der Erste ist, an erster Stelle auch dienen, ein weiser Leiter zu sein. Eine Weisheit, die von Gott kommt, die ist schon ein großes Geschenk. Ein lernender Leiter. Man kann nur dann wirklich gut leiten, wenn man selber auch lernt, wenn man bereit ist zu lernen. Und dann kommt es als Viertes, ein mutiger Leiter zu sein. Und da geht es dann schon ans Eingemachte. Das möchte ich Ihnen heute zur Kenntnis bringen. Zu leiten erfordert eine Portion Mut. Das gilt vor allem für diejenigen, die einen Kulturwandel in der Pfarrei herbeigeführt haben. Er hat ja an einer anderen Stelle mal dargelegt, dass er eine Psychotherapie machen muss. So attackiert war er. So wurden wir glücklicherweise von Gott geschaffen. Gary Hogan, der Gründer von International Justice Mission, schreibt, Soweit dieses Zitat. Und jetzt kommen konkrete Beispiele. Und da nehme ich ganz eindeutig einen Mangel an Leiterschaft auch bei uns in der Kirche wahr. Ich habe das schon so oft erlebt, wenn bestimmte Dinge einfach ausufern oder nicht im guten Sinn verlaufen. Ja, ich möchte dem nicht wehtun. Und man kann ja nicht und so, während in den Firmen es teilweise knallhart in dieser Richtung zugeht, ist bei uns eine unglaubliche Beisemmung. Und das wird noch getarnt mit christlichem Humanismus und christlicher Nettigkeit, anstatt dass man Führungsstärke zeigt. Weil die anderen dann in der Abteilung müssen es mit ausbaden, wenn einer einfach Mist macht und der Führende es nicht wagt, etwas anzusprechen. Da bringt es konkret einige Beispiele. Und ich glaube, da muss jeder ein bisschen kritisch bei sich selber hinschauen. Mut zu haben bedeutet hinsichtlich der Leitung in erster Linie, die ganze Botschaft des Evangeliums zu verkünden, nicht nur die Teile, die Menschen gerne hören. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, wo sie bei Mitbrüdern etwa fast nur Zuckerprediger haben. So hat Petrus Canisius sie genannt. Sie haben keinen scharfen Würzwein für die Wunden der Zeit. Sie haben nur Zucker anzubieten. Auch von Zucker wird man nicht satt. Also wenn es mal um das Thema Gericht geht, Rechenschaft vor Gott, die Forderung der Nachfolge, Selbstverleugnung, wenn das regelmäßig über die Jahre ausfällt, ist es ein großes Defizit. Es bedeutet auch, die harte Wahrheit auf liebevolle Weise aussprechen. Also wie einen Mantel da reichen, wo der andere hineinschlüpfen kann. Die Fakten auf den Tisch liegen, auch wenn sie brutal sind. Was nützt es, wenn man sich einlullt in eine Atmosphäre, ja, es ist jetzt schon alles so gut und so nett. Die Fakten sind brutal in der Kirche derzeit, wenn sie bloß den Priestermangel anschauen, was da auf uns zukommt. Und dem muss man sich stellen und fragen, was wir können, was müssen wir tun, was will uns Gott damit sagen. Schwierige Telefonate führen, und zwar jene, die niemand anderer machen will. Die Menschen in der Pfarrei wirklich zu lieben, selbst wenn sie nicht in unserer Kirche sind und wenn sie manchmal nicht liebenswert sind. Das ist der, ich möchte fast sagen, wichtigste Punkt. Nicht aufhören, die Menschen gern zu haben, und wenn sie einem wirklich quer kommen. Es kann einfach nicht sein, dass jemand in der Leitung einer Pfarrei ist, der die Menschen nicht mag. Und die können sich nicht herschnitzen, wie sie es haben wollen, die sind so, wie sie sind. Fünftens, ein treuer Leiter sein. Einige Dinge brauchen einfach Zeit. Pastoral ist eines dieser Dinge. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Deshalb habe ich im Radio immer wieder in den früheren Jahren gesagt, wir sind Long-Distance-Runner, Langstreckenläufer, keine Sprinter. Das kann mal notwendig sein, wenn bestimmte Ereignisse wie der Tod von Papst Benedikt auftreten. Da müssen wir einfach in kürzester Zeit Präsenz zeigen, auch wenn viele im Urlaub sind. Wir sind Long-Distance-Runner, Langstreckenläufer. Leitung in der Pastoral ist ein Langzeitprojekt. Und dann zitiert er Seth Godian so, es ist ein Mythos, dass Veränderung über Nacht geschieht, dass richtige Antworten am Markt sofort funktionieren, oder dass große Ideen einfach so kommen. Das stimmt einfach nicht. Es ist immer oder fast immer eine Sache von Wachstum. Tropf, Tropf, Tropf. Schreibt er, ist jetzt nicht von mir. Verbesserungen geschehen mit der Zeit. Wenn eine Organisation Erfolg haben will ohne Verpflichtungen, wird sie weder das eine noch das andere haben. Ein Teil von Leitung, ein wesentlicher Teil davon, ist die Fähigkeit, einem Traum treu zu bleiben. Eine Vision zu haben. Etwa bei uns Radio Horeb überall leicht zu empfangen, durch Digital-Radio jetzt Wirklichkeit geworden. Einem Traum treu zu bleiben. Es dauert lange, bis die Kritiker verstehen, dass sie so oder so ihr Ziel erreichen, sodass sie ihnen schließlich folgen. Zitat Ende. Sie werden die Kultur ihrer Pfarrei nicht auf einmal und nicht über Nacht verändern. Das passiert langsam. Es braucht Zeit. Geben sie dem Prozess die Zeit, die notwendig ist. Sie müssen weitermachen und nicht aufgeben. Auch wenn nicht alles rund läuft und Menschen sie in Frage stellen oder sie verabschieden, dürfen sie nicht aufhören. Also die Tugend der Geduld ist, der Beharrlichkeit des Durchstehungsvermögens ist verlangt. Sie können ihre Reitungsrolle nicht aufgeben, nur weil sie frustriert sind, dass Menschen ihnen nicht folgen. Das hat er mir vor vielen Jahren auch ins Herz gelegt, als ich wirklich schon versucht war aufzugeben. Denk an die vielen Menschen, für die du verantwortlich bist. Bleib auf deinem Posten. Seien sie ein ausdauernder Leiter. Achten sie darauf, dass ihre Treue durch den Glauben genährt wird. Bleiben sie Jesus treu und vertrauen sie seiner Leitung und der Aufgabe, die er ihnen gegeben hat. Paulus instruierte Leiter der Kirchen Ephesus vor seinem Abschied so, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Setzen sie sich das Ziel, den Lauf zu vollenden, den sie begonnen habe, die Aufgabe zu erledigen, die Gott ihnen gegeben hat und ihren Teil zur Verkündigung des Evangeliums von Gottes Gnade beizutragen. Paulus fasste Leitung in der Kirche perfekt zusammen. Wenn sie mit Kindern oder Studenten in freundlichem Kontakt sind oder ihnen dienen, wenn sie Telefondienst machen oder für die Kirchenmusik zuständig sind, wenn sie Platzanweis oder im Begrüßungsteam tätig sind, wenn sie das in der Kirche Christi tun, dann sind sie berufen, ein Leiter zu sein, und zwar auf die Art und Weise, wie Paulus Leitung beschreibt. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus mir zum Vorbild nehme. Und dann bringt er ganz konkrete Schritte, das ist dann das Ende schon dieses Kapitels, es wird dann das Letzte aufgeschlagen, das 15. es trägt den Titel, Sie schaffen das. Wenn Sie Pfarrer sind, Verantwortliche für die Pastoral, eine pastorale Mitarbeiterin, eine Pastoral-Mitarbeiter für den Regionsunterricht zuständig oder für die Jugendarbeit, hinterfragen Sie ehrlich Ihre Motive, wenn es um Ihren Dienst geht. Überprüfen Sie, warum Sie das tun. Halten Sie die Augen offen nach Menschen in Ihrer Pfarrei, die Leitungsqualitäten haben, nach Menschen, die intelligenter sind als Sie oder Dinge wissen, von denen Sie keine Ahnung haben. Ganz egal, wie Ihre Struktur aussieht, laden Sie diese Menschen in Beratungsgruppen ein, die Ihnen die Wahrheit sagen, sowohl für Ihr Leben als auch in Bezug auf Ihre Verantwortung in der Pfarrei. Das ist ganz wichtig. Kompetente Leute, die einem die Wahrheit sagen. Suchen Sie sich auch außerhalb Ihren eigenen Pfarreien nach möglichen Ressourcen um. Schauen Sie da um, auch in protestantischen Pfarreien. Beginnen Sie Gelegenheiten, Probleme und Ängste zu evaluieren, die in Ihrem Dienst auftauchen. Beten Sie über Ihre Ängste, damit Sie denen nicht unnötigen Raum geben, auf der anderen Seite auch hinschauen, vielleicht sind Sie sogar berechtigt. Beschäftigen Sie sich mit Problemen und nutzen Sie diese als Gelegenheiten. Das lässt Sie also schnell jetzt da so runterlesen. Vielleicht müssen Sie auch nur nachhören. Beim Angeloos ist es ja eingestellt bei uns auf der Homepage. Aber da sind schon ganz wichtige und grundsätzliche Dinge, die Michael White heute angesprochen hat. Und wenn wir das nicht beachten, wird eine Gemeinde, lässt die auch nicht wachsen. Danke für Ihr Gebet. Danke für Ihre Spende. Danke für Ihr Wohlwollen, dass Sie mal wieder mich erreicht. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Vielen Dank.